Mein Name ist Maria. Ich feierte vor zwei Wochen meinen 99. Geburtstag. Mit meinem Auto fahre ich noch sehr gerne selbst und alleine. Mein Dankebuch schreibe ich täglich auf meinem Laptop und schreibe auch und versende auch E-Mails. Wir machen mit Maria den Stärketest. Beine zusammen und nach unten drücken bitte. Ach, Maria verliert das Schlechtgewicht. Wir beleuchten, bestrahlen jetzt Maria mit den Wands 3. Schön. Gut, danke. Jetzt machen wir den Stärketest. Maria, bitte Füße wieder ganz zusammen, ganz dicht zusammen und nach unten drücken bitte. Sie ist nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Maria, wie fühlst du dich? Na, sehr gut. I'm. Höchst du dich? Also, wir kommen zu mir in, mit euch hoffe ich, bei mir. ciaTically, bei dir ist es nicht sommer.